Was machst du hier, mein Thun? Du hast doch hier Gast, hier ist... Ja, die habe ich auch gerade entdeckt. Haben ja so viele von gefarmt. Ja. Mir war es aber auch so, als wir mit den Blaz... Da zu tun hatten. Ich bin einfach blind. Like a fish. Like a fish? No, like a fish in the hand. Der ist nämlich meistens tot, ja. Ich mache mir jetzt ein Diamantschwert und stecke das hinten in den Pops. Darf ich zugucken? Wird schwierig, aber ich versuche mal einen Spiegel zu craften. Einen Spiegel? Wo brauche ich dann einen Spiegel, wenn ich hier zu... Ich stecke dir das hinten in den Pops. Ach so, mir! Ja! Ich habe gedacht, dir! Nein! Du... Es ist möglich, dass du eine Framme kreieren kannst, um ihren Körperprozess zu erhöhen. Mhm. Mhm. Also irgendwie muss man tatsächlich sagen, wir jetzt schon seit tausend... Ich glaube schon so mehr oder weniger seit der ersten Folge sagen wir... Seit der ersten Folge. Wir müssen uns auch mal mit Bienen auseinandersetzen. Knockback? Das... Was ist das denn für eine Scheiße? Wovon redest du? Ich habe ein Diamantschwert gecraftet, da ist jetzt Knockback drauf, Warple und Disjunction. los. Ich weiß nicht, was Warple ist. Warple. 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 Du bist so ne Arsch. Das steht... Warple. 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 Search Notes The Theory of Everything Hatte ich die nicht schon mal? Ich bin so bekannt vor The Theory of Everything? Nee, nee Das klingt aber sehr ultimativ, muss ich sagen The Theory of Something that seems to be Everything, but isn't So hieß das Ganze Ja, ich erinnere mich So Ich erinnere mich Wir waren beide verdammt cool Ich erinnere mich Oh, okay, also Die Bücher Mit den Büchern verzaubern Kostet gar nicht so viel Das ist richtig Also, wenn ich jetzt Warte, was war's? Feta Falling 4 auf meine Boots verzauber Kostet mich das nochmal 12 Heißt also, aber im Endeffekt auch wieder 42 Level Das hat die Frage, wie cool das ist Total uncool Total uncool Ich schaue jetzt mal, was ich alles verzaubern kann Und wie cool das ist Und wie cool ich sein möchte Weil ich habe ja immer noch keine Steve Urkel Brille Das stimmt allerdings Die fehlt dir auf jeden Fall zu cool Die brauche ich nicht, wa? Oh, guck mal, jetzt kriege ich hier Ach, hör doch auf Disjunction Oder Warple Ich weiß nicht was Auf jeden Fall Auf jeden Fall Kriege ich jetzt Äh, Zombie-Köpfe Okay Und zwar en masse En masse Achso, das ist ja gut, ey Das ist ja ganz gut dann, oder? Weil auf den Zombie-Köpfen ist Ja, das gleiche wie auf den Gespensterköpfen Auf den, auf den Skelett-Köpfen Machina Machina Huch Ma-ma-ma-ma-ma-ma Ma-ma-ma-mädchen Red Stone Red Stone Nein Flup Hallo Zombikopf Noch immer nicht Alter Das ist mir alles ein bisschen viel, ey. Ach, Basti. Reiß dich zusammen. Ich hab den zweiten Quarry auch hingekriegt. Ich habe gerade schon sieben Aspekte und bin gerade zu 35% erst fertig. Das einzig Gute ist, ich kann im Grunde genommen alles hier reinhauen und die Aspekte müssten eigentlich zählen. Außer das hier. Haben wir schon. Oh nein, 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 nein. Ach, du dicke Kanüle, ey. Haben wir hier mal noch was von rein? Okay, es scheint nur drei Es scheint nur drei Verzauberungen zu geben. Dann ist Schluss. Wie, drei Verzauberungen? Na, drei Verzauberungen auf einen Gegenstand. Ach so, ja, ja. Aber das ist auch schon mal eine ganze Menge. Und kannst du da jetzt mehrere Bücher draufhauen? Ja. Das ist ja ganz praktisch. Oh, das war ein falscher Knopf. So, äh, was haben wir denn hier noch schönes? Das nehmen wir mal mit. Ja, und hier Zombie-Köpfe sammeln. Alles gut, super. Aber, aber die bleiben schon noch ziemlich weit hinten liegen. Aber das ist ja nicht so schlimm. Wir haben ja, das ist ja, verstehst du? Ja. So, jetzt gucken wir mal. Hiervon haben wir schon Bookshelf. Aha. Zack. Nope. Knockback ist ja gar nicht mehr so gut für, für's Farm. Ne. Ne. Das ist richtig. Da kann ich dir nur recht geben zu 50 Milliarden Prozent. Ui. Das ist viel. 50 Milliarden Prozent. Lutsch mir die Eier. Nicht mal für 50 Milliarden Prozent. Oh, ich bin bei 52 Prozent. Ui. Komm her. Komm her. Komm her. Ach, scheiße. Den krieg ich nicht. Egal. Nein, nein, nein. Wir haben so viele Baustellen. Das ist richtig. Wir beschäftigen uns mit. Ey, jetzt steht dieser komische Golem da und guckt er mit seinen totenleeren Augen an und weiß nicht, was er machen soll. Dem bringe ich das noch bei. Bis zur nächsten Aufnahme habe ich ihm das beigebracht. Dann liegen wir wahrscheinlich nur im Bett und der Golem kommt abwechselnd zu uns ins Haus. Ja. Golem, streiche mir die Eier. Danke. Ui. Ui. Ui, ui, ui. Basti, du musst ihn nochmal ölen, bitte. So. Bleh. Bleh. Ich glaube, ich gehe auch nochmal unten ein bisschen töten jetzt. Oder bist du da gerade schon? Ne, ne, mach das. Aber ich glaube, ich stelle uns mal etwas Rot her. Wie? Repariere ich meinen Schwert? Äh, was hast du für ein Schwert? Und kann ich das Schwert überhaupt reparieren? Weiß ich nicht. Du musst halt sehen, also du legst dein Schwert links rein und dann in die Mitte legst du einen Gegenstand rein, der dem Schwert quasi als Reparatursatz dient. Ja, beim Diamantschwert wäre das Diamant. Diamant und hier ist es dann wahrscheinlich Taumium. Achso, haben wir hier unten. Haben wir? Ja. Hier in der, hier in der Truhe. Hier, in der goldenen. In der güldenen. Mal gucken, ob das funktioniert. Hier sind übrigens Bricks. Ich nehme die mal raus. Brauchst du die Bricks noch? Ja, wahrscheinlich, ne? Enchantment kostet 14. Ja. 14 Taumium? Was, 14? Nee, nee, 14 Erfahrungspunkte. Achso. Genau. Dein Schwert wird halt... Achso, die brauchen wir noch. Achso, ja, ja, okay. Genau, dein Schwert wird in der Leiste halt immer voller, je mehr Taumium du nutzt. Je mehr... Was ist los? So, ich wollte gerade noch was machen. Ich weiß aber nicht mehr was. Nossi. Nossi. Wieso? Wieso will ich den... Ah, egal. Basti, was wollte ich denn machen? Ich weiß es nicht. Ich wollte... Natürlich, ich weiß, du bist so ein Arschloch, dass du mich... Ey, dass der mich die ganze Zeit verarscht, das ist der Knaller. Unglaublich. Ich wollte uns Brot machen. Dazu muss ich natürlich hier runter und das Feld abernten. Oh, das finde ich gut. Ja, weil wir haben nicht mehr so viel zu essen, wie ich... Ich sag dazu nichts. Aber hier kann ich auf jeden Fall meine... ...meine zerstörerische Wut ausleben. Das ist schon mal gut. Ich finde das auch gut. So lässt du sie wenigstens nicht wieder an mir aus. Oder an dem Glas oder an dem Haus. Ja, was eben gerade in dem Weg steht, ne? Man nannte mich auch Stalin. So, damals in der Schule habe ich alles kaputt gemacht. Haha, es ist wieder ganz. Willst du mich nicht zum Schülersprecher wählen? Ab in den Knast. Oh, jetzt regnet's. Regen! Total toll. T, T, T. Naja, als Bauer, muss ich sagen, finde ich Regen schön. Aber nur zu gewissen Jahreszeiten. Kann auch die Ernte zerstören, das Zeug. Oh ja, oh ja. The Rain. The Rain destroys everything. The Rain. Destroys everything. The Rain. Destroys everything. The Rain. Destroys everything. So, reicht jetzt. Man hat uns sowieso schon unter die Videos geschrieben. Nee, abgeschaltet. Als wir das Maul halten sollen. Ja, 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 auf jeden Fall. Hört auf zu sägen, meine Ohren bluten. Ich fürchte. Oh, nein. Was denn? Wen denn? Dass ich mit dieser Theory of Everything. Ja. Shit's gone real, oder was? Nicht, noch lange nicht irgendwie. Am Ende. Ich glaube, das. Ich glaube, ich hab. Möchtest du dich artikulieren, oder einfach nur mal ein paar Worte in den Raum werfen? Eher so. Okay. Ja. Japanu-Bahn. Ja. Haiti-Bar. Ich mag Kartoffellinsensuppe mit Löffeln essen. Ist ganz schön schwer. Kartoffellinsensuppe. Ich muss gerade überlegen. Was musst du überlegen? Finde ich nicht schlecht. Nee, das ist nicht. Tauziehen mit Tigern gibt's in Zoen. Zoos. In Zonen? Zonen. Zonen. Nur in Zonen, in denen Tiger nicht verboten sind. Richtig. In Tiger-allowed-Zonen. Ach, siehst du hier. Guck mal. Das ist ja interessant. Was denn? Auch nichts. Manchmal hasse ich dich ja ein bisschen. So. Ist ja nicht schlimm. Brauchen wir noch ein bisschen String, oder was? Nee. Wahrscheinlich nicht. Ich hätte gerne einen String. Ja. Ähm... Er steht dir nicht. Boops? These boobs are made for... These boobs are made for touching. That's just what they... Ah, 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 ah... Nee, nee. Was ist das denn hier? Sie, sie fassen ja an. Ja. Sie fassen ja die Hände an. So rum. Stimmt, ja, stimmt. Man kann immer überhaupt nichts dafür, ne? Äh, eben. Die Brüste springen quasi aus ihrem BH und packen an die Hände. Ja, genau. Ja. Das ist total schlimm, ey. Ja. Sag mal... Sauerei, ey. Ihr Frauen seid echt pervers. Wie sieht's denn eigentlich mit Pilzen aus? Haben wir Pilze noch? Ich rauch mal wieder ein bisschen. Eher nicht so, nee. Das ist auch etwas, was wir nicht besitzen, ey. Ich glaube, wir besaßen mal Pilze. Und dann hast du aber irgendwie, naja, Dinge getan, die keiner von uns so richtig verstand. Junkie. Aber... Entschuldigung. Nee, das ist so nicht vertretbar. Broach. 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 Das ist ja schade. Keine Pilze. Keine Pilze. Pilze. Haben wir irgendwo eine Höhle mit Pilzen? Nee. Keine Ahnung. Wir müssen mal eine Pilzfarm bauen. Okay. Das wird mein nächstes großes Projekt. Du nimmst dir irgendeine Höhle und haust da einfach zwei, drei Pilze rein. Ja. Das dauert aber auch wieder ein bisschen. Ein riesengroßes Projekt. Oh, mein Jetpack ist fast leer. Ist aber auch ein Sauwetter für Jetpacks. Dass die da nicht kaputt gehen? Wundert mich ja schon ein bisschen. Naja. Soll ich es riskieren oder nicht? Das ist hier die Frage. Was hast du denn? Wie hat es denn noch? Wohin willst du denn hin? Schlamper. Ähm. Der redet nicht mehr mit mir. Der ist gut. Ich war gerade im Quarry-Loch. Ja. Und hatte jetzt überlegt, ob mein Jetpack noch ausreicht, um wieder rauszukommen. Nö. Ich bin doch schon wieder oben. Nicht. Das ist jetzt nur für eine Scheiße. Du bist scheiße. Ja, und ey? Ja, ich sag's ja nur. Jetzt hab ich wieder keine Fackeln dabei. Mann, Mann. Oh, Basti, ey. Wieso hast du denn keine Fackeln dabei? Du bist echt ne Wurst. Ich weiß es selbst nicht. Du bist so ne Wurst. So, und dann mach ich mal hier ein schönes neues Büchlein. Hallo Neta Portale. Na ihr? Ja.